die schlacht beginnt mit würze wieso ist denn hier eine graue quest ja bei dem bei dem level 20 typen wo man die quest annehmen kann ist die ausrufe zeichnis grau ist wohl ein bug sollte ein fragezeichen sein also bringt dir das jetzt nicht so doch doch ich hab's angenommen also ich bin nicht sicher also hier für mich ist nix da lassen wir ein bisschen mit dem tanzen ja wie viele leute aber ein bisschen zeitgeschunden hey der hat den noch down gekriegt hast du ihn gekriegt wir sind blau aber passt passt schon passt ja weil wir mehr steine bekommen haben als die da sind ja fünf linien auf fünf punkte wir haben drei und die haben nur zwei weil wir halt da jetzt gerade du und ich wir beide haben ja gerade die fünf leute da aufgehalten weiter zu laufen ich bin auf 1 und brauchte hilfe ja schön ja oder du oder wer was sorry und auf 5 da ist das schön da bist du da oben Was ist denn das da? Ich bin in Witz, circa zwei. Oh, mein Kopfhörer juckt. Voll dämlich, ey. Das ist so ein weicher Polster an meinem Kopfhörer. Weißt du, nicht so Lederzeug oder so, sondern richtig weicher Stoff. Da ist da manchmal ein Haar drin hängen, ey. Und dann kitzelt direkt im Ohr. Weil ja durch die Kopfhörer hörst du das dann und dann vibriert ja dann das Haar so. Voll ekelhaft, ey. Bezirk 1, keiner da. Sehr schön. So kann man auch verlieren. Sammel einen Kristall, also ich sag's dir. Ja. Alleine einer reicht zu sammeln. Es schaffen nie alle einzukriegen. Weil es immer welche gibt, die gierig sind. Auf vier. Läuft jemand auf vier? Nein, niemand. Ha, 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 ha. Hinter dir. Tja, Alter. Die haben zu zweit auf mich geschossen, ne? Und ich hab den ersten nur einmal angetickt und dann gewartet und den dann nochmal angetickt. Und ich hätte ihn fast getötet. Zwei gegen einen. Und ich hätte ihn fast getötet. Also der Eismager, der ist wirklich richtig gut stark. Wenn du erst mal die ganzen Sachen hast, ne? Und 30% mehr Damage kriegt er ja erst noch. Plus 15% pro Eisteil, ja? Also das heißt, 45% stärker wird er ja noch. Das ist richtig krass, ja? Das ist, also der wird zum Endgame, wird der richtig mächtig. Yggdrasil, das hört sich an wie so ein Alkohol oder so. Hast du schon wieder zu viel Yggdrasil zu dir genommen oder was? So, machen wir hier. Zwei gegen zwei, machen wir, komm. Alter, 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 Alter. Bleib ruhig stehen, bleib ruhig stehen, Alter. Alter, ich hab dich so vor, ich nehm mich mit, ey. Boah, was, ey. Also ich hab den anderen Magier, der hat mich zweimal getroffen oder so, den hätte ich fast mitgenommen, ey. Aber drei gegen einen ist natürlich scheiße. Ja. Also Magier, der, also, das ist echt krass. Ich glaub, du musst mal ins Gegnerteam gehen und dich mal von mir schlagen lassen. Geil, ne? Was ist denn? Ah, L, okay, L geht nicht. Also ich hab die Quest nicht komisch. Ich sollte wohl auch noch ein Kristall kriegen. Oh, bitte schön, Standbild. Hast du natürlich wenig Chancen, ne? Drei gegen einen auf so einer Linie. Laufen die Leute natürlich nur auf die Linie, wo kein Gegner ist. Oder, ne? Mit der Masse. So, dieses zwei gegen einen macht ja kaum einer. Aber das könnten wir gewinnen. Das könnte gut Punkte geben. Ach, so hat ich viel Kills. Wieso hörst du mich kaum? Kaum. Oh, ein Fail. Ha, mitgenommen. Mitgenommen, Alter. Zwei gegen ein, ich bin mitgenommen. Du bist tot. Das geht nicht, wenn du tot bist. Und jetzt auf zwei. Mein Kristall. Du schau, dein Viech ist gleich schnell wie mein. Hast du gesehen? Hast du gesehen, wie schnell der weg war? Das war krass, oder? Runde in der Luft eingefroren. So mag ich das. So, da komm ich. Okay, fress mal die noch. Äh. Non-Crit, ja? Ohne Crit sind das 1200 Damage. Ohne Crit. Ja, das heißt mit wenn da Eisdinger drauf sind sind es nochmal plus 40, 50% Damage. Plus Crit und 30% Crit Schaden sind 130% mehr. Der Dingle macht 3,5-4k Damage, ne? Das ist, ey, der Burner ist das, ey. Und ich glaube, wenn der Gegner eingefroren ist macht es auch nochmal 30% mehr. Genau, wenn der Gegner bewegungsunfähig ist macht es auch nochmal 30% mehr. Ja, das ist also, der Dingle ist und das krasse ist, ja, der Dingle geht alle 8 Sekunden. Alle 8 Sekunden. Ja, also Das ist fess. Das ist, äh, zwei Schuss davon, wenn beide Critten, also, muss ja jeder Schuss muss natürlich Critten, ne? Der macht vier Schüsse, so drrrt und da muss natürlich jeder Schuss erstmal Critten. Aber das ist natürlich schon sehr übel. Drei, vier, fünf Leute, juhu. Toll, Standbild dabei. Wow. Also, wenn ich zum Beispiel ein, vier, zurück, springe, den drauf, knalle. Ja. Oh, hin, stell, hin, stell, hin, stell dich hin, nehm ich mit. Ach, Friede, Alter. Ah, zwei gegen ein, ne? Das ist, du wirst so oft umgeschmissen, so oft gestunnt. Ist schon echt übel. Aber hey, das haben wir gewonnen. Also, du bist letzter, wieso hast du keinen Stein eingesammelt? Kommt der noch nicht. Jetzt kommt der Mächtige in der Mitte. Der Große in der Mitte kommt jetzt. Und alle rennen natürlich weg. Oh, die Bauern. Double Kill. Heißt du? Ne, ich hab Double Kill. Zelda Sau. Bau mir hier den Edelstein. Eh, den Edelstein. Den Christ. Hey, Alter, wie sollt ihr nicht getroffen? Ha. Ne Fahrbeinen, ne Fahrbeinen. So. Ne. Jetzt noch gestanden. Jetzt. Ha. Jetzt ist es meine. Na, das mit dem Kripp, das war schon eine gute Sache, ey. Jetzt hast du eigentlich, ja genau, jetzt wirst du mit dabei. Jetzt kriegst du deinen Standard 120.000 oder so. Wenn der ja nicht MVP bist. Konstantlich. Ja, ja, natürlich. Kirk 3. Kaum einer ist da. In der Mitte, in der Mitte, alle in den Bezirk 3. Na toll, zu spät. Ich habe keine Chance, Alter. Ich habe vier gegen mich oder so, ja. Nicht ein Skill rausgekriegt. Trotz Schussschild und so. Ja, haben wir gewonnen, haben wir gewonnen, haben wir gewonnen, haben wir gewonnen. Wiederbeleben, bitte voll wiederbeleben. Ich will sehen, Punkte sehen, XP sehen, ja. Kannst in der Base stehen bleiben, haben wir gewonnen. Oder Bezirk 5 gehen. Der kommt. Oder Bezirk 4. Oder Bezirk 1. Oh, ey. Also ich bin ja, lass hierbleiben, lass hierbleiben, lass hierbleiben, lass vierbleiben. Ja, ja, ja. Jetzt zu 3 runter. Runter, 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 runter. Runter, 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 runter. Ich knall ihn weg, ich knall ihn weg. Nein. Nimm den, hast du ihn, hast du ihn? Ja, ja, ja. Jo, den Gegner ist weg. Jo, sauber. MVP. Guck mal, da bist du sehr, krass, Alter, ne? Krass, oder? Das erste Mal MVP. Wiesse, 100, 107.000 habe ich und du hast 129.000. Hunde, 9. Ja, 129. 20 aber es gibt zwei mvp wer der rote ist pvp mvp und du bist verwendet und vp ich heiße nur most will you player also es halt nur um mit der am meisten dazu beigetragen hat die EI